Hier möchte ich Ihnen meinen Lieblingsmärz vorstellen, den Coupa GXV 730 mit Honda GXV 160 Motor. Dieser Motor von Honda ist das Synonym für Leichtstart seit über 20 Jahren. So wird er dann zu Ihnen kommen und ein bisschen Arbeit ist auch von Ihnen verlangt, nämlich das Auspacken und Zusammenbauen. Aber keine Angst, es ist nichts Unmögliches. Okay, die Unterlagen, Bedienanleitung, alles dabei. Die Schiebestange braucht man nur hoch tun. Das Oberteil der Schiebestange ist auch schnell montiert. Der Fallenkorb fix und fertig. Das Zusammenbauen ist eigentlich relativ einfach. Sie nehmen den Unterholm, fügen ihn in die vorgeschwiegenen Schrauben, biegen ihn etwas auseinander, hält. Spiegelbildlich auf der anderen Seite genauso. So, nachdem das Unterteil der Schiebestange montiert ist, geht es daran, die Versteifung zu montieren. Damit erhöhen Sie die Festigkeit der Schiebestange um ein Vielfaches. Um sie zu montieren, das Oberteil ist dran, Heckklappe auf, von innen die Schraube festhalten. Die untere Schraube muss etwas durchgedrückt werden. Die oberen Schrauben, Unterlegscheibe, Achtermutter, selbstsichernd. Wieder die zweite Unterlegscheibe. Anziehen, Mutter festziehen und fest. Als nächstes wird der Oberholt montiert. Alle Bautenzüge sind fest und eingestellt. So, dann wäre der Rasenmäher eigentlich schon schiebebereit. Den Fangkorb eingehängt, dazu die Klappe hoch. Fertig. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt eigentlich fertig mit dem Zusammenbauen des Rasenmähers. Sie haben gesehen, es nimmt nicht sehr viel Zeit in Anspruch. Jetzt gehen wir in die Endphase. Und das ist eigentlich nur zwei Dinge, die fehlen. Einmal das Motoröl. Sie brauchen 0,6 Liter SAE 30 oder 15W40 Motoröl. Das Öl wird hier eingefüllt. Sie sehen hier auch noch einmal einen Warnhinweis, dass kein Öl im Motor ist. Peilstab herausschrauben. Bitte nicht in den Schmutz legen. Alles Werkzeug, was Sie brauchen, haben Sie dabei. Flasche öffnen. Und komplett einlaufen lassen. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen noch ein bisschen anderes erzählen. Das Herz dieser Maschine ist der Honda GX-V160. Nicht zu verwechseln mit dem GC-V160. Der GX-V160 ist eine absolute Profi-Maschine. Was ihn in zwei Dingen oder aus zwei Sichtweisen professionell macht, ist zum einen das super Startverhalten und zum anderen die extrem lange Lebensdauer. Sie werden an diesem Motor sicherlich Ihre 20 Jahre Spaß haben oder im Gewerbeeinsatz, wo er im Sommer jeden Tag laufen muss, 5 oder 7 Jahre. So, in der Zwischenzeit ist das Öl ausgelaufen. Achten Sie auch auf die Umwelt. Das letzte Öl sollte nicht unbedingt auf die Wiese tropfen. Peilstab einschrauben, heraus. Sie sehen, es ist voll. Den Warnhinweis, dass kein Öl drin ist, können wir jetzt entfernen. Jetzt geht es ans Benzin. Dieser Mäher braucht nur Bleifrei-Normalbenzin. Wenn Sie kein Bleifrei haben, können Sie auch Superbenzin nehmen. Der Tank fasst etwa 1,1 Liter. Sie haben hier nochmal eine kleine Anzeige drin, weil der Tank sonst nicht einsehbar ist. So, wir machen den Tank nur halb voll, um ein bisschen Zeit zu sparen. Kanister wieder zudrehen. Hier unter dem Luftfilter haben Sie den Benzinhahn. Wenn Sie ihn zum ersten Mal schauen wollen, nach innen. Es ist ein kleiner Aufkleber drauf. Selbsterklärend. Sie kommen eigentlich damit klar. Benzinahn ist jetzt auf. Wir gehen zum Armaturenbrett. Auch sehr schön beschriftet. Links haben Sie den Gashebel. In der Stellung Stopp, Minimum. Leerlauf, mehr oder weniger Gas bis Vollgas. Darüber hinaus, über die Raste, ist die Kaltstartposition. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob der Honda das hält, was er verspricht. Und noch einmal. Sie sehen, ich bin so verliebt in das Gerät. Ich könnte es stundenlang starten. Und noch einmal. Im Leerlauf hören Sie das Gerät. Es hat einen Sound wie ein amerikanischer V8. Nur eben viel sparsamer im Verbrauch. Sehr laufruhig. Es ist eine Freundin, dem Gerät zuzuhören. Das Schönste sollten Sie unbedingt zu Hause nicht machen. Sie sehen, das Messer steht. Dieser Mäher hat eine Messerkupplung. Sie können das Messer separat aus- und einschalten. Wenn Sie den Hebel loslassen, bleibt das Messer blitzschnell stehen. Das erhöht die Sicherheit der Maschine um ein Vielfaches. Der Radantrieb. Über den hinteren Hebel ein- und ausgeschaltet. Am Armaturenbrett die Schaltung selbst. Erster Gang, zweiter Gang. Hier sehen Sie auch in Details lobenswerte Feinheiten. Als erstes wäre zu nennen der Rammschutzbügel, der das Gehäuse schont. Dieser Rammschutzbügel kann natürlich auch als Tragegriff verwandt werden, wenn Sie mit der Maschine auf eine andere Stelle fahren müssen. Ein weiteres Detail, was für lange Lebensdauer sorgt, ist das Metallrad. Kein Kunststoff, sondern ein Doppelkugel gelagertes Metallrad. Ein kleines, aber feines Detail ist die Verschleißschiene hier außen, die Sie auswechseln können. Sie kennen das, wenn Sie viel an Hauskanten oder Mauern vorbeifahren oder Gartenzäune, dass rechts oder links das Gehäuse abgeschunden, abgeschliffen wird. Hier haben Sie eine kleine Schiene, die Sie für ein paar Cent erneuern können. Ein weiterer technischer Leckerbissen ist die Kardanwelle. Sie sehen Sie jetzt drehen. Mit dieser Kardanwelle wird der Radantrieb angetrieben. Das ist eine technische Lösung für Jahrzehnte. Kein Keilriemen, der verschleißt. Sie sehen, die Maschine ist zusammengebaut und das Ganze in wenigen Minuten. Und es verlangt nicht so viel Mechanikerkönnen von Ihnen. Und das Besondere und das, was ich Ihnen versprochen habe, hat die Maschine auch gehalten. Sie ist auf den ersten Schlag angesprungen. Sie sehen, die Maschine auch gehalten.